Ja, es ist lustig, ein bisschen drunken zu sein. Ich trinke ein Rum, Aprikot, Brandy mit Orange-Juice, Amaretto-Liqueur und habe Spaß mit dem. So Leute, glaubt nur, dass der Sohn Gottes ein Schadanei ist. Und glaubt daran, dass Gott der Himmlische Vater sich einen neuen Sohn erwählt hat. Und ja, die Liebe ist alles das, was bleibt und der Frieden. Alle Früchte des Heiligen Geistes sind erreichbar. Freude, Freundlichkeit, Demut, Kreuzheit, Sanftmutigkeit, Langmutigkeit, Treue, Geduld, Selbstwertung, Treue, Liebe und Frieden. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, liebe Geschwister im Glauben, so ist es so und alle Freunde darüber hinaus. Das Leben ist sinnfertig, das Leben ist bunt, das Leben ist wunderschön, manchmal auch öde, aber es gehört dazu. Das Leben in voller Fülle bedeutet, hohes Motiv zu genießen und zu komprimieren zur Glückseligkeit. Also dann, ich wünsche euch was. Ich liebe euch alle. Tschüss, Baba.